Äh... Aber der hat irgendwie keinen Bums. Liegt's ja an der Tasse? Nee! Nee! Vorher erst so... Werder! Werder macht jetzt mit Bild was zusammen, ne? Bist du eigentlich stolz drauf als Werder-Fan? Mit der Sport-Bild? Ja! Gutes Magazin, Alter! Hast du diesen E-Sport-Kanal gesehen? Ja, ja! Achso, hast du geteilt, sogar Twitter, ne? Ja, ja! Ne, der König des Nordens, Alter! Derby-Sieg! Nummer 1 im Norden sind wir! So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Ist doch schön. Tut mir leid, dass ihr das sehen müsst. Ich bin auch wieder da. Also ich bin hier vor Ort. Ich habe mit Kallis... Ich habe... Dich gepusht? Ja! Also nicht nur Outer-Game, sondern auch In-Game! Im wahrsten Sinne, Anna! Und ich bin jetzt hier in der Einöde wieder zurückgelassen, ohne Flugdino. Und werde jetzt gucken, inwiefern ich hier Agentarbesattel machen kann, oder? Kurze Erklärung für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren. Die letzte Folge hat Max freundlicherweise in meiner Krankheit ohne mich aufgenommen. Ohne mich! Und hat diesen tollen Agentarbes aka Falco 2, auch sehr kreative Namensgebung an dieser Stelle, für uns beansprucht und somit versuche ich natürlich jetzt, weil er mit meinem Charakter auch gespielt hat. Genau. Nicht nur auf meinem YouTube-Kanal, sondern auch noch mit meinem Charakter. Charakter. Ah. Ja. Boah, hoppala. Komplette Belohnung für mich. Ich habe mir... Wir hatten jetzt natürlich auch länger... Ich habe mir... Wir... Es gab mir jetzt länger keine Ahnung auf diesem Kanal. Und ihr habt jetzt gemerkt, die Pausen werden immer länger. Liegt ähm... Das finde ich auch richtig scheiße. Ja. Ja. Ich komme gerne her. So. Hahaha. Ja. Du holst jetzt direkt wieder die Zuschauer auf deiner Seite, die alle schreiben, BITTE FRINK MEHR ARK! Hahaha. Lieber ARK. Privat hat Kalle auch nicht mehr. Wir haben Aberration gezockt, hatte ich ja erzählt. Ist mega der Scheiß, die erzählen. Alla unnormal. Kalle war halt fertig. ARK auch. Wir waren mit ARK fertig. So. Aber Extinction kennen wir ja noch nicht so. Extinction? Nee, kann man wenigstens fliegen, die Scheiße. So. Wer denkt sich das aus? So. Erstmal scheißen. Erstmal renten. Ich habe keinen Sound übrigens mehr, ich glaube. Ähm... Dreh mal am Hebel da. Wirst du was? Sag mal was. ARME NA! Ja, ich hör dich! Und Inge? Ich habe volle Pulle jetzt. Sag mal was. ARME NA KOI! Hier noch. Oh ja. Oh Gott. Sag mal was. Hallo, ich bin der Kalle. Haha, Popale. Ja, muss auch für heute gehen. Hey, was und jetzt? Hast du alles auf links? Wie willst du groß rauschen? Ja? So, also... Ich fahre uns hier nochmal Leder... Ich möchte das Thema nochmal eben abschließen. Ja, gern! Ähm... Wir versuchen so oft arg aufzunehmen, wie es nur geht. Da seid euch gewiss, wir werden dieses DLC auch auskosten und ausreizen. Kalle, 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 Kalle. Merkst du was? Ich teleportier mich gar nicht mehr zu dir. Ja, das wissen wir doch schon lange. Echt, ja? Ja. Gut, erzähl weiter. Hä? Das wissen wir doch schon seit nem anderthalb... Seit nem... Sanz aller... Da hatte ich noch 50.000 Abonnenten auf YouTube. Hat er ja recht eigentlich. So. Ja, wisst ihr wisst. Ja, einmal Thema abschließen, komm. Ja, hab ich doch jetzt. Echt? Wir nehmen so oft auf, wie es geht. Ja, nee, das ist nicht genug. Für heute hab ich mir überlegt. Entweder besorgen wir einen zweiten Argentaren... Wir züchten die Scheiße aus deren Popärzen. So. Oder wir greifen irgendwo anders mal an. Oder wir bauen. Ja. Stimmt jetzt hier oben ab. Zuschauerinteraktion. Für nächste Folge können sie abstimmen. Ja. Oh ja. Was sollen wir in der nächsten Folge machen? Heute entscheiden wir noch selber. Genau. Was machen wir denn? Okay. Was? Machst du was? 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 Schalalalalala! Erster Fußballglocken! Schalalalalala! So. 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 Also, ich bin ehrlich. Oh, normal. Eigentlich macht es Sinn, zeitnah einen zweiten Argentaren. Ja. Ist das noch dran bei dir? Lebt Kutschi eigentlich noch oder haben wir den gekillt? Kutschi lebt noch. Ist schon echt länger her. Muss ich ehrlich gerade sagen. Ja. Ist unter deiner Verantwortung. Aber na. Ich fütte erstmal Kutschi. Wo ist die Bärchen? Wenn du was Interessantes machst, können wir auch kurz... Was passiert? Warum hauen die rein? Ich glaube, ich bin, weil ich Durst hatte, umgekehrt. Ah! Wo ist der Pytheradon? Junge! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Du bist fast gestorben! Pfeif doch zu dir! So. Wo ist der Pytheradon? Du kannst ihn nicht reiten. Der hat keinen Sattel. Ja, aber wo ist er denn? Stress pur! Ich wollte eigentlich nur auf die andere Strebe springen. Hat auch nicht funktioniert. Scheiße. Noch eins. Okay. Jetzt haben wir wirklich... Müssen wir mal... Hacken? What? Fly Hack Sheet? Alla? Ja, oder? Ich hab... Ich hab auch keinen Bock. Ich hab über eine Stunde. Ja, ich hab auch keinen Bock drauf. Mach mal. Bitte. Na klar. Pekka Man. Gini! Der ist auf jeden Fall eben nach unten. Nach unten, aber erst doch nach oben. Ist die dumm? Dann musst du die runter wegen Ausdauer. Kann man die nicht suchen? Kannst du infrarot dich da irgendwie mäßig rein hacken? Kannst du nicht so... Kannst du es probieren, Kalle. Das ist entweder genau hier unter. Okay. Und du bist hier und sie ist dann in die Richtung runter. Genau. Und dann hab ich hier runtergeguckt. Hier, hier ist sie runter. Hier wollte ich hin. Aber ich bin ja... Und hier unten müsste sie irgendwo sein. Gehe ich jetzt mal von aus? Weil sie ist ja nach vorne oder nach hinten runter. Hä, Kalle, wie kann denn sowas passieren? Weiß ich nicht. Aber der Volk gemeint hat. Dann such doch mal da. Ich dachte, ich wusste nicht, dass du das rausgenommen hast. Oh, I wish that you had to pull the trigger. Shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. Das musst du reinschneiden. Das ist so dumm. Ey. Ich hab da letzte Folge Schlafsack hingelegt. Stimmt. Weil ich sterben sollte. Ja, ja, ja. Ha! Sheetgott. Viel Spaß. Ja. Und ihr? Was sollen wir nächste Folge machen? Stimmt doch mal ab. Diese Folge machen wir gar nichts. Ich will jetzt mal wieder ein schönes Zusammentreffen aller. Ich komm gerne her. Halt kurz. Findest du in die Stelle wieder? Weil Hauptsache Falco geht's gut. Das ist die doch. Wieso sollte die das sein? Hat die keinen Rucksack drauf? Äh, Sattel. Wie so diese Oma. Unnormal. So'n Kaffee braucht Luft. Der muss atmen. Soll ich dir dir mal nen Trick zeigen? Komm, mir mal nen Trick. Geht schneller. Oh, ich hab's versaut. Loading. Steht hier. Ah, ich hab's. Wie ist... Warum? Weiß ich nicht. So, das war's dann auch für heute. Ihr habt abgestimmt. Ja. Ihr könnt ja gerne abstimmen, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Schaltet wieder ein. Tschüss. Abonniert Head of Blood. Das ist nicht wirklich Schluss, oder? Nein. Hä? So, wir sind jetzt wieder vollzählig. Oh. Achte bitte auf alles. Gesundheit. Ausdauer. Achte bitte auf alles. Trinken. Mach ruhig mehr, Paul. Lieber mehr als wenig. Oh, da ist unsere Heim-Basis-Kuppel, Allah. Oh, Alter, was haben die denn hier unten geschlachtet? Unnormal. Alter. Ich will jetzt mal testen. Oh, jetzt bleib hier. Ach, das ist jetzt unheimlich. Wie wir einfach nichts geschissen kriegen wieder. Also, ja, ist wieder meine Schuld, weil ich da gestorben bin, weil ich gerade die Genie verloren hab und weil bla bla bla. Und was du nicht noch alles sagen könntest. Ja, und ohne mich ist die Folge ja viel effektiver gewesen. Kalle, nur unter uns. Brauchst du dich reinschneiden? Was war die erfolgreichste Artfolge bisher? Bei dir? Geil. Das war wirklich königlich. Wo Kalle mir das nächste Mal begegnet ist und so mal gedroppt hat. Ja, das erfolgreichste Artfolge. Wo ich nicht drin bin. Auf meinem Kanal. Was stellt das mit so einem Menschen an wie dir? Darf ich einmal fliegen? Gerne. So, das ist jetzt hier so ein Adler. Agentaves. So, was kann der? Kann man sich hier auch mal so hochbumsen lassen mit so einem Adler? Alter, wie er läuft. Majestätisch. Der hat Bock. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Alles. ...so eine Fontäne gehe. Scheiße. Wie das runtergeht. Hast du gesehen? Ja, ist cool. Das war richtig witzig. Zieh mal eine Waffe. Wow! Scheiße! Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch das schlimmste Timing, was man haben kann. Komm her! Volker! Volker! Oh nein! Bist du selber schuld? Die Folge geht in die Scheiße ein, Junge. Die Folge geht in die Scheiße ein, Junge.